Ich habe vor ein paar Wochen einen Vortrag hier in der Nähe gemacht. Das Thema war der Tag der Auferstehung. Und am Ende des Vortrags, da kam die Klassikerfrage. Wir haben eigentlich so eine Fragerunde gemacht, falls es Fragen zum Thema gibt. Die erste Frage, die gestellt wurde, die kennt bestimmt jeder Deutsche, der zum Islam konvertiert ist. Die kommt immer. Wie bist du zum Islam gekommen? Das Thema war erstmal uninteressant. Aber die haben gesehen, da sitzt ein deutscher Muslim. Wie bist du zum Islam gekommen? Und das passte eigentlich ganz gut zum Thema, das müsst ihr auch noch wissen. Ich hatte damals ein Buch gelesen über den Tag der Auferstehung. Was da passiert und so weiter. Die Beschreibungen, was da im Koran gesagt wird. Und das hat mich eigentlich am Ende überzeugt. Und jetzt saß da einer und der hat gesagt, ja du hättest auch eigentlich Christ werden können dann. Die haben da auch so ein Konzept. Tag der Auferstehung und diese ganzen Sachen. Die Frage ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Allerdings, dahinter steckt diese Idee, dass Religion wie ein Kleidungsstück ist, wo man sich einfach das Beste aussuchen kann. Das heißt, Religion hat gar nicht mehr dieses Verständnis, dass das eine Wahrheit ist, die auch tatsächlich dann so wahr ist, wie sie ist. Sondern das ist wie ein Mantel, da suche ich mir halt den Beste aus und der mir am besten passt und der mir am besten steht, den nehme ich dann am Ende. Dann hätte ich auch Christ werden können. Das war meine Familie, das hätte mir am wenigsten Probleme gemacht. So ist das hier in der Gesellschaft. Aber das ist natürlich kein Weg, wie man die Wahrheit findet. Wenn man da so herangehen würde, dann wäre man im Mittelalter einer von denen gewesen, die hätten gesagt, dass die Erde eine Scheibe ist. Weil das halt alle Menschen sagen, ja okay, dann sagen wir das auch. Aber die Erde war ja da nicht eine Scheibe, nur weil alle das geglaubt haben. Das heißt, nur weil hier die Mehrheit Christen sind, mache ich das doch nicht automatisch auch. Und sowieso, die Wahrheit ist unabhängig davon, wie viele Menschen von dir überzeugt sind. Also selbst wenn die ganze Menschheit von einer Sache überzeugt ist, das sagt nichts darüber aus, ob das auch tatsächlich so ist. Wahrheit hat immer diese Eigenschaft. Aber wenn eine Sache tatsächlich wahr ist, dann muss es immer dafür die besseren Argumente geben. Wenn zwei Leute zusammensitzen und der eine sagt, die Erde ist eine Kugel und der andere sagt, die Erde ist eine Scheibe. Und die tauschen wirklich handfeste Argumente aus. Das heißt, die kennen sich mit Wissenschaften so ein bisschen aus. Dann wird man immer feststellen, dass derjenige, der sagt, dass die Erde eine Kugel ist, die besseren Argumente hat. Weil es am Ende tatsächlich so ist. Ich habe damals die Antwort gegeben. Ich habe die Beschreibung im Koran gelesen, wie der Tag der Auferstehung beschrieben wird. Und das sah für mich nicht so aus, als wenn das ein Mensch geschrieben hätte. Also die Formulierung, die Art und Weise, ich habe gesagt, ja, das hat schon der Schöpfer von Himmel und Erde. Also das war für mich selbstverständlich. Und das war natürlich die Antwort in Kurzform. Heute geht es darum, wie man das tatsächlich herausfindet, wo der Koran herkommt. Und woran man das erkennen kann, dass es tatsächlich ein Buch ist von demjenigen, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das spricht also von dem einen allmächtigen Gott. Das Thema richtet sich, es mag für einige überraschend sein, in erster Linie an die Muslime. Es geht zum einen darum, dass viele Muslime, besonders die Geborenen, die nehmen das einfach so selbstverständlich. Der Koran ist das Wort Gottes, das haben wir von Kindheit auch angehört. Und ja, das ist einfach so. Aber diese richtige Überzeugung, da hat man manchmal den Eindruck, die fehlt. Wir haben das einfach so von unseren Eltern übernommen. Und wenn du ihn fragst, es würde ihm schwerfallen, darüber zu argumentieren. Und natürlich hilft das auch den Muslime, wenn sie in diesem Land sind, wenn sie die Leute zum Islam einladen wollen. Oder wenn jemand zu ihnen hinkommt und fragt, wie ist das bei euch in der Religion? Oder könntest du mir das beweisen, dass eure Religion die Wahrheit ist? Und das ist eine berechtigte Frage, die habe auch ich mir gestellt. Und ich habe monatelang mit jemandem darüber diskutiert, ob der Koran die Wahrheit ist oder nicht. Das sitzt auch heute hier. Und das heißt, das Thema ist wirklich auch wichtig für die Muslime. Und natürlich auch für solche, die es werden wollen. Das heißt, jemand, der sich für Religion interessiert. Und der halt am Überlegen ist, was könnte die Wahrheit sein und der sich zumindest auf einer Suche befindet. Für den ist sowas auch interessant. Bei den meisten Menschen wird man feststellen, wenn man sich hier mit denen unterhält, dass sie von vornherein eine ablehnende Haltung gegenüber dieser Frage haben. Wenn du jemanden auf der Straße fragst, was hält der vom Koran? Die meisten werden dir spontan sagen, das ist Quatsch. Das ist ein Märchenbuch, das hat sich einer ausgedacht. Interessanterweise sind das in der Regel die Menschen, die noch nie einen Koran gelesen haben. Trotzdem weiß er, dass es ein Märchenbuch ist. Das zumindest auf keinen Fall die Wahrheit ist oder das Wort Gottes oder irgendwas. Das weiß er von vornherein. Das Problem hängt eigentlich hier damit zusammen, dass in Europa haben die Menschen mit Religion allgemein eine sehr schlechte Erfahrung gemacht. Hier war das eher so, hier hat jahrhundertelang die Kirche geherrscht. Das war schon lange Zeit her. Und da war Europa einfach finsteres Mittelalter. Und die Kirche hat auch viel die Wissenschaft behindert, Fortschrift behindert. Und die Menschen haben sich hier eigentlich weiterentwickelt, als sie sich von der Religion befreit haben. Die haben das alles halt auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen, haben sich von Religion frei gemacht. Und dann sind plötzlich die Länder hier groß geworden, wirtschaftlich also aufgestiegen. Und deswegen haben hier die Menschen, es steckt tief in den Menschen drin, dass eine Religion immer im Konflikt steht mit der Wissenschaft oder mit der Wahrheit. Hier glauben die Menschen, dass Religion nur eine private Sache ist. Das ist so eine persönliche Überzeugung, das sollte ich vielleicht glücklich machen, aber das hat mit Wahrheit nichts zu tun. Denn im Endeffekt wäre Religion eine Sache, die die Wissenschaft und Fortschritt nur behindert. Und die Muslime haben interessanterweise die genau gegenteilige Erfahrung gemacht. Wenn wir unsere Geschichte betrachten, dann werden wir feststellen, dass zu der Zeit, wo die Muslime an der Religion festgehalten haben, die quasi die Erde beherrscht haben, die waren führend auf allen Gebieten. Besonders auf den wissenschaftlichen Gebieten. Medizin, Kunst, was auch immer man nimmt. Und das hat sich erst in dem Moment geändert, wo die Muslime ihre Religion verlassen haben. Dann ist es auch mit denen bergab gegangen. Und deswegen ist das, für Muslime, die hier nicht aufgewachsen sind, ist das manchmal schwierig nachzuvollziehen, wenn ihnen einer was erzählt von einem Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft und Religion und Wahrheit. Was will der mir erzählen? Wo ist dieser Konflikt? Weil wir das in dem Sinne nicht kennen. Ein Muslim kann ein hervorragender Astrophysiker sein oder Chemiker, Biologe, Mediziner oder was auch immer. Und gleichzeitig ein überzeugter Muslim, der nicht einen Vers vom Koran leugnet. Und das ist halt hier für die Menschen schwer zu verstehen. Für die ist immer Religion ein Konflikt mit Wahrheit und Wissenschaft und Fortschritt. Und wir im Islam haben halt genau die gegenteilige Erfahrung gemacht. Die erste Frage ist, wenn man sowas untersucht, ob der, was der Koran ist, wo der herkommt, oder ob das tatsächlich das Wort Gottes ist oder nicht. Die erste Frage ist, spricht überhaupt etwas dagegen, dass das das Wort Gottes ist? Gibt es tatsächlich ein Argument, was dagegen sprechen würde, dass der Koran das Wort Gottes ist? Spricht überhaupt etwas dagegen, dass es einen Gott gibt? Ich habe mal vor, schon ein paar Monate her, einen Vortrag darüber gemacht, das alles zu wiederholen, das würde zu lange dauern. Aber im Endeffekt, wenn man dieses Universum betrachtet und wie das organisiert ist und aufgebaut ist, und dass im Endeffekt die Tatsache, dass wir heute hier sitzen können, dass es spricht, dass es einen Planeten gibt mit ein bisschen Leben drauf, dass es nur einer Tatsache zu verdanken ist, dass dieses Universum ganz genauso designt wurde, wie es jetzt ist. Das spricht zumindest eher dafür, dass es einen Schöpfer gibt, als dagegen. Im Detail könnte man sich das in dem Vortrag noch einmal anschauen. Aber zumindest spricht nichts dagegen, dass es einen Schöpfer gibt, oder? Spricht etwas dagegen, dass dieser Schöpfer den Menschen, die er erschaffen hat, eine Nachricht schickt? Spricht etwas dagegen? Nein. Spontan erstmal nicht. Im Gegenteil, in dem Moment, wo die Menschen sich bewusst werden, dass es einen Schöpfer gibt, sollten sie automatisch damit rechnen, dass sie eine Nachricht von ihm bekommen. Wenn ich mir vorstelle, ich lege mich heute Abend ins Bett. Morgen früh wache ich auf und ich befinde mich in einem fahrenden Zug. Was würde ich machen? Erstmal aufstehen, Frühstück machen, Zeitung lesen, Kaffee kochen? Nichts dergleichen. Ich würde keine ruhige Minute verbringen können, bis ich nicht wüsste, wer mich hier hingebracht hat, warum der mich hier hingebracht hat und wo dieser Zug hinfährt. Das wären die ersten Fragen. Und genauso sind die Menschen hier, zumindest in dem Moment, wo sie sich bewusst werden, dass es hier ein Akt der Schöpfung ist. Die sollten eigentlich damit rechnen, dass ihnen jemand erklärt, warum er das alles hier veranstaltet hat. Wofür ist das eigentlich da? Ist das jetzt ein Beweis dafür, dass der Koran das Wort Gottes ist? Natürlich nicht. Nein, das ist kein Beweis. Es ist aber zumindest, oder es spricht dagegen, dass man von vornherein eine ablehnende Haltung einnimmt. Denn wenn man eine Sache ablehnt, dann muss man das mit einem Beweis machen. Wenn man also sagt, der Koran ist nicht das Wort Gottes, dann müsste man sagen, weil das und das und das spricht dagegen. Es gibt keinen Gott, weil. Oder dass dieser Gott eine Botschaft schickt, das ist unwahrscheinlich, weil. Aber wenn nichts dagegen spricht, dann sollte man sagen, ist schon möglich, kann schon sein, warum nicht? Und gleichzeitig ist es so, wenn sowieso nichts dagegen spricht, dann müsste eigentlich schon ein Argument ausreichen, dass man sagen würde, ja, spricht schon dafür. Oder spricht einiges dafür, dass der Koran das Wort Gottes ist. Wenn nichts dagegen spricht, aber ein oder zwei Argumente dafür, dann sollte man am Ende schon sagen, ja, ist eigentlich eher wahrscheinlich. Fragt man jetzt jemanden unter den Muslimen, was spricht dafür, dass der Koran das Wort Gottes ist? Da kommt klassischerweise, entweder eine Antwort, er hat eine besondere Sprache, oder es gibt einige wissenschaftliche Erkenntnisse im Koran. Wir gehen auch darauf später noch einmal ein. Aber die erste Sache, die dafür spricht, dass der Koran tatsächlich das Wort Gottes ist, das wird meistens übersehen. Wie würde man das bei einem normalen Buch machen? Wenn ich irgendein Buch aus der Bibliothek zu Hause habe, wie würde man das machen? Oder wenn ich mich frage, wer dieses Buch geschrieben hat, was mache ich dann? Nachgucken, wer der Auto ist. Ich gucke erst mal nach, wer der Auto ist, ganz genau. Ich nehme mir das Buch und, ah, guck mal, der hat das geschrieben. Was steht jetzt im Koran? Wer ist der Autor des Korans? Dies ist eine Offenbarung von ihm, der die Erde und die hohen Himmel erschuf. Und das steht im Koran. Der Autor des Korans sagt, er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Wenn also nichts dagegen spricht, dass der Koran tatsächlich von Gott ist, und er sagt das auch nach selber, dann sollte man schon davon ausgehen. Die meisten Menschen, denen du das sagst, die werden dir sagen, das kann ja jeder da reinschreiben. Ja, das ist richtig. Das kann auch bei jedem anderen Buch jeder da reinschreiben. Wenn ich mir irgendein Buch aus der Bibliothek nehme und da steht XYZ drauf, jeder kann das da draufschreiben. Aber normalerweise geht man davon aus, dass das auch so ist. Zumindest, wenn nichts dagegen spricht. Wenn jetzt einer kommt und sagt, ich habe letztes Jahr ein neues Buch von Julius Cäsar gefunden, dann würde ich sagen, das ist eher unwahrscheinlich. Denn Julius Cäsar ist schon knapp 2000 Jahre tot. Aber wenn nichts dagegen spricht, ja, dann geht man schon mal da aus. Die Frage ist jetzt, warum müssen eigentlich immer die Muslime beweisen, dass der Koran das Wort Gottes ist? Das ist irgendwie selbstverständlich. Normalerweise gehen die Menschen davon aus, oh, du bist Muslim, du sagst, das ist das Wort Gottes, beweise mir das. Ja, das steht hier. Der Autor sagt, er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Eigentlich müsste er dazu übergehen, zu beweisen, dass das nicht so ist. Das wäre auch bei jedem anderen Buch so. Wenn ich ein Buch nehme von XYZ und jemand kommt, sagt man, das ist von ABC geschrieben, dann würde man ihn fragen, wie kommst du darauf? Hier steht aber XYZ. Wie meinst du, das ist ABC? Kannst du das irgendwie beweisen? Die Frage würde sich auch eigentlich nur, oder erst dann stellen, wenn es irgendjemand anderen gäbe, der behauptet hätte, er hätte den Koran verfasst. Wenn es jetzt noch eine zweite Person gäbe, die sagen würde, ich war das. Dann würde man das genauer analysieren. Dann würde man gucken, hat das tatsächlich Gott verfasst oder war das diese eine Person? Wie auch bei einem normalen Buch. Wenn zwei Leute miteinander streiten, dann würde man das vielleicht genauer analysieren. Aber ist beim Koran schon mal jemand gekommen, der behauptet hätte, er hätte ihn verfasst? Den gibt es jetzt seit 1400 Jahren. Ist in 1400 Jahren irgendjemand gekommen und hat gesagt, er hätte den Koran geschrieben? Noch keiner, oder? Wenn ich in einem Fußballstadion wäre und da sind 100.000 Menschen und da wird ein Autoschlüssel gefunden. Am Ende des Spiels gehen 100.000 Menschen nach Hause, bis auf einer. Der geht zur Verwaltung und sagt, ich habe einen Autoschlüssel verloren. Dann geht man davon aus, dass das tatsächlich sein Autoschlüssel ist. Wenn sich kein anderer meldet, wenn jetzt zwei Personen kommen, dann würde man sagen, okay, dann zeigt uns mal irgendwas vor. Aber wenn sich nur eine Person meldet, dann geht man davon aus, das ist schon sein Autoschlüssel. Beim Koran ist nie einer gekommen, der behauptet hat, ihn geschrieben zu haben, außer ein einziger. Das ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Ja, dann geht man davon aus. Ihr werdet aber feststellen, wenn ihr mit den Leuten diskutiert und religiöse Themen anschneidet, die haben immer eine besondere Logik. Das, was in allen Alltagsfällen logisch wäre, das ist nicht mehr logisch, wenn ihr über Religion diskutiert. Etwas, was für alle Bücher auf der Welt gibt, das würde nicht gelten, wenn es um den Koran geht oder um ein religiöses Buch oder darum, ob es vom Schöpfer von Himmel und Erde geschrieben wurde. Spielen wir das mal theoretisch durch. Wer käme überhaupt dafür in Frage, diesen Koran geschrieben zu haben? Was wäre theoretisch möglich? Die Nicht-Araber scheiden alle aus. Keine Chance. Bleiben noch die Araber. Ist es wahrscheinlich, dass der vor irgendeinem anderen Araber geschrieben wurde? Es hat sich noch nie einer gemeldet. Es ist auch nie irgendeiner besonders bevorzugt worden durch den Koran. Dass jemand einen besonderen Vorteil dadurch bekommen hätte. Dass man sagen könnte, ah, der hat den Koran deswegen geschrieben. Und auch dazu, der Koran kritisiert alles an der arabischen Lebensweise. Also so wie die Araber damals gelebt haben, der Koran kritisiert das. Die Araber haben es geliebt, Wein zu trinken, der Koran verbietet das. Die haben Glücksspiel geliebt, und der Koran verbietet das. Die haben mit ihrem Götzendienst Geld gemacht. Das war eine richtige Einnahmequelle für die. Dadurch, dass die die Götzenbilder aus den umliegenden Ländern halt beherbergt haben, die haben damit Kohle gemacht. Und der Koran hat das verboten. Die Frauen waren damals, die wurden wie Gegenstände behandelt. Der Koran macht ein Erbrecht für die. Unmöglich damals. Erhöht den Status der Frauen. Die Leute haben ihre Vorväter in so einem hohen Ansehen gehalten, und der Koran kritisiert die allesamt. Das Leben damals in Arabien war organisiert in Stämmen. Jeder hatte seinen eigenen Stamm. Und ohne deinen Stamm warst du damals verloren. Das heißt, die Verbundenheit der Menschen war nur durch den Stamm gegeben. Und wenn ein Stamm einen Menschen ausgestoßen hat, der war schon so gut wie verloren. Das war wie ein Todesurteil für den. Der Koran kommt und sagt, vergesst die Stämme, die Verbundenheit ist einzig und erleiden in der Religion. Das ist ein komplett anderes Konzept. Also der Koran hat kein gutes Haar an dem gelassen, was die Araber damals gemacht haben. Und dann sollte der Koran noch in andere Länder exportiert werden. Der Koran war ja nicht einfach für die Araber bestimmt. Sondern es wurden auch Briefe geschickt an die umliegenden Länder. Hier, das ist die Botschaft von Gott. Er sollte akzeptieren. Welcher Araber käme auf die Idee, ein Buch zu verfassen, in dem erst alles an den Arabern schlecht gemacht wird, um dann einem anderen Land das als die beste Ideologie zu verkaufen. Das macht keinen Sinn. Das ist von vorne bis hinten unlogisch. Liebe noch der Prophet. Der Prophet war zwar auch ein Araber, aber sagen wir, okay, er hat diese Botschaft den Menschen gebracht. Wäre das möglich, dass er den geschrieben hat? Zum einen, er hat nie behauptet, dass er der Autor des Korans ist. Er hat das immer von sich gewesen. Er war auch nicht jemand, der klassischerweise gedichtet oder überhaupt sich als Autor bestätigt hat. Also betätigt hat. Obwohl damals unter den Arabern gab es viele Poeten. Aber der Prophet, das war nicht seine Angelegenheit. Der hat sich nie damit beschäftigt. Der hat auch nie so geredet wie im Koran. Also wenn er geredet hat, das ist immer ganz anders, wie das im Koran formuliert wurde. Noch dazu war er einer, der konnte nicht einmal lesen. Der konnte auch damals schon mal lesen. Der Koran hat mehrmals Entscheidungen, die er getroffen hatte, korrigiert. Es war mehrmals so, dass es Fälle gab, in denen war noch keine Entscheidung getroffen. Es gab noch keine Informationen dazu im Koran. Der Prophet hat eine Entscheidung getroffen, der Koran korrigiert ihn anschließend. Manchmal haben die untereinander diskutiert. Der Prophet mit einem seiner Gefährten, Omar ist ein klassisches Beispiel, es gab mit Omar mehrere Fälle, wo sie verschiedene Meinungen hatten. Der Prophet hatte eine Meinung, Omar hatte eine andere Meinung und anschließend war es so, dass die Offenbarung des Korans Omar bestätigt hat und den Propheten widerlebt. Wer macht das? Der Koran kritisiert sogar manchmal Verhaltensweisen des Propheten. Es gibt den bekannten Fall am Anfang seiner Zeit, wo er die Führer unter den Mekkanern zum Islam eingeladen hat. Und er war so beschäftigt mit denen und da kam ein Blinder zu ihm, der war aber bereits Muslim, und hatte einige Fragen zum Islam. Aber er hat ihm nicht so diese Aufmerksamkeit geschenkt, weil seine Absicht war, die Führer der Mekkaner zum Islam zu bringen, weil das auch sehr gut für den Islam an sich gewesen wäre. Das heißt, er hat sich ihm nicht so gewidmet, wie er es hätte müssen. Anschließend kam eine Offenbarung im Koran, wo genau dieses Verhalten kritisiert wurde. Und er macht so ein Buch, in dem er also, er trifft Entscheidungen oder verhält sich auch in einer bestimmten Art und Weise, nur um anschließend eine Offenbarung zu bringen, die genau das widerlegt. Die ihm sagt, hör mal zu, das war nicht korrekt, wie du dich da verhalten hast. Oder der Fall mit seiner Frau Senab. Senab war verheiratet mit seinem Adoptivsohn. Sein Adoptivsohn war Zaid. Und er hatte, noch während Senab und Zaid verheiratet waren, er hatte die Absicht, sollte die Ehe jemals geschieden werden, dann wollte er Senab heiraten. Das war eine Absicht des Propheten. Aber er wollte nicht, dass es bekannt wird unter den Leuten. Die Ehe zwischen Senab und Senab wurde am Ende geschieden und er hat Senab geheiratet. Und es wurde sogar diese ganze Geschichte im Koran erwähnt. Und es war ihm sehr unangenehm. Seine Frau Aisha hat später gesagt, hätte es einen Teil der Offenbarung gegeben, den er geheim gehalten hätte, es wäre die Geschichte mit Senab gewesen. Das war ihm sehr unangenehm. Das war sein Adoptivsohn. Das war damals unüblich, dass man die Frau von seinem Adoptivsohn heiratet. Damals galt das als verboten. Weil man gesagt hat, der Adoptivsohn ist wie der eigene Sohn. Und die Frau des eigenen Sohnes darf man nicht heiraten. Das ist auch im Islam übrigens so. Aber in diesem Fall war das nur der Adoptivsohn, das war schon okay. Aber es war ihm sehr unangenehm. Also er wollte nicht, dass diese Absicht bekannt wird unter den Leuten, das wollte er nicht. Und es wird im Koran erwähnt. Aber welche Wahl hätte er gehabt? Es kam die Offenbarung und er musste es den Leuten sagen. Am Ende ist es aber eigentlich vollkommen unwahrscheinlich, dass er tatsächlich diese ganze Geschichte so aufgemacht hätte. der Prophet Mohammed war unter seinem Volk geschätzt als der ehrlichste und aufrichtigste Mann, den es gab. Man hat ihm den Beinamen Al-Amin gegeben. Al-Amin ist der Vertrauenswürdige. Also er war jemand, wenn jemand auf eine Reise gegangen ist, ja, und war ein paar Monate unterwegs, damals gab es noch keine Alarmanlagen, dem hat man sein Geld und sein Eigentum zur Aufbewahrung gegeben. Und wenn man dann wieder zurückkam von der Reise, dann hat man das wieder abgeholt. Das war damals üblich, weil die Häuser noch nicht so sicher waren, es war einfach einzubrechen. Das heißt, wenn jemand auf eine Reise geht, hat er sich jemanden gesucht, hör mal zu, pass mal auf meine Sachen auf. Und er war bekannt dafür. Deswegen am Anfang, als er die Leute zum Islam eingeladen hat, er ist einmal auf einen Hügel gestiegen und hat die Stämme, der Mekkaner, gerufen. Und hat denen gesagt, wenn ich euch sagen würde, hinter diesem Hügel steht eine Armee, die greift euch an, würdet ihr mir das glauben? Obwohl, das ist eine verrückte Geschichte. Also wenn man sich vorstellt, einer von uns stellt sich irgendwo auf den Hügel und würde das den Leuten sagen, man glaubt das nicht. So, von woher? Und die Leute haben gesagt, klar glauben wir das. Du bist Al-Amin, du bist der Vertrauenswürdige. Wenn du uns das sagst, dann okay. Als er dann anfing, ihnen die Botschaft, den Koran zu verkünden, haben sie gesagt, okay, das wollen wir nicht hören. Aber grundsätzlich war er jemand, dem man alles einfach so geglaubt hatte. Dafür war er bekannt. Dass so jemand plötzlich im Alter von 40 Jahren so eine Geschichte erfindet, also er war immer ehrlich und aufregt, er hat die Wahrheit gesagt und plötzlich wird es genau das Gegenteil, es wird ein Betrüger aussehen. Denn wenn wir sagen, der Koran ist gar nicht von Gott, das hat sich einer ausgedacht, dann hätte er die Menschen betrogen. Der ist nicht zu den Menschen gekommen, hört mal zu, das ist ein gutes Buch, da stehen viele schöne Sachen drin, sondern er hat gesagt, das ist eine Offenbarung Gottes und ich bin ein Gesandter Gottes. Wenn das einfach nur eine erfundene Geschichte wäre, dann wäre er ein Betrüger. Und was für ein Betrug wäre das gewesen? Also es wäre eine Riesenaktion, über 23 Jahre, was er da veranstaltet hätte. Aber wenn jemand betrügt, dann doch immer nur zum eigenen Vorteil, oder? Man würde keinen Betrug aufsetzen, wo ich mein Haus verliere. Wenn ich einen Betrug aufsetze, dann um das Haus von jemand anderem mir zu überschreiben, aber nicht zu meinem Nachteil. Hat der Prophet jetzt einen Vorteil dadurch erhalten? Der hatte 20 Jahre lang Ärger mit seinem Volk. Die haben seine Anhänger gefoltert, die haben ihn verspottet in der Öffentlichkeit, aus der Stadt rausgeworfen, boykottiert und am Ende mehrere Schlachten gegen ihn geführt, wo viele von seinen Anhängern umgekommen sind. Hat er Vorteile daraus gezogen? Die haben ihm sogar angeboten, was immer er an Vorteilen wünscht, würden sie ihm so ohne weiteres geben. Die sind einmal zu ihm hingekommen und haben gesagt, hör mal zu, was willst du eigentlich mit dieser ganzen Inszenierung, was du da machst? Warum verkündest du diese Botschaft? Willst du Geld dadurch verdienen? Wir machen dich zum reichsten Menschen. Willst du eine bestimmte Frau? Sag uns einfach, welche Frau organisieren wir für dich? Willst du ein Herrscher werden? Willst du Macht? Wir machen dich zum Anführer. Nur hör auf, diese Botschaft zu verkündigen. Das heißt, er hätte alles, was man sich vorstellen kann, bekommen können, indem er einfach gesagt hätte, okay, ich höre auf. Ich packe meine Klamotten und lege die Beine hoch. Der hätte nicht mal was machen müssen. Der hätte diese ganzen Kriege nicht führen müssen und all diese Erniedrigungen erdulden müssen. Der hätte einfach, egal was er sich wünscht, hätte er so bekommen können. Hör einfach auf, den Koran zu verkünden. Wir geben dir alles, was du willst. Wie hat er darauf reagiert? Wenn er ein Betrüger wäre, dann hätte er jetzt versucht, mit ihnen zu falschen. Er hätte gesagt, hör mal zu, okay, fünf Millionen dafür mache ich es. So würde ein Betrüger daran gehen. Was war seine Reaktion, wenn die Leute zu ihm kamen? Er hat einmal ihn ausrichten lassen, über seinen Onkel, sag ihm, selbst wenn Sie mir die Sonne in meine rechte Hand und den Mond in meine linke Hand geben, höre ich nicht auf, diese Botschaft zu verkünden, bis ich durch sie umkomme oder Allah sie zum Sieg führt. Ist das die Antwort von einem Betrüger? Sind das wirklich die Worte von jemandem, der 23 Jahre lang einen Betrug inszeniert hat? Wer hat also diesen Koran jetzt geschrieben? Wer kommt dafür in Frage? Und kann man tatsächlich eine plausiblere Erklärung dafür finden? Woran kann man jetzt im Koran selber erkennen? Dass es tatsächlich ein, sagen wir zumindest, ein herausragendes Buch ist. Und dass es unwahrscheinlich ist, dass ein Mensch diesen Koran verfasst hat. Das ist auf Deutsch nicht ganz einfach zu erklären. Und das liegt ganz einfach daran, dass, wenn man den Koran auf Deutsch übersetzt, geht viel von seinen sprachlichen, stilistischen Eigenschaften verloren. Und das ist nicht nur beim Koran so. Das ist eigentlich bei jedem literarischen Wert so. Wenn ich jetzt ein Werk von Shakespeare nehmen würde, englischer Dichter, und übersetze das auf Deutsche, ins Deutsche, dann kann man zwar die Bedeutung ungefähr wohl erkennen, also man weiß, was er sagen wollte, aber diese Feinheit, diese stilistischen Dinge kann man gar nicht rüberbringen. Dasselbe, wenn man jetzt Goethe und Schiller auf Chinesisch übersetzen würde. Ja, der Chinese wüsste, was er sagen wollte, aber warum das für uns herausragende Dichter waren, das würde für den Chinesen sich niemals daraus ergeben. Das ist ganz besonders auch im Koran so. Besonders auch, weil die arabische Sprache eine sehr reiche Sprache ist. Das heißt, es geht viel dadurch verloren, wenn man das übersetzt. Ich will es trotzdem versuchen. In der arabischen Sprache ist das so, und ich glaube sogar in allen anderen Sprachen, dass man jedes literarische Werk ganz grob in zwei Kategorien einteilen kann. Das eine ist die Prosa. Prosa, das ist eine normale Erzählung. Wenn ihr in die Bibliothek geht, ein normales Buch kauft, einen Roman über irgendeine Geschichte, das ist Prosa. Normale Erzählung. Selbst Nachrichtensendungen würde man zu Prosa erzählen. Der andere große Bereich ist die Lyrik. Lyrik ist vereinfacht gesagt, das, was in Versen geschrieben wurde. Gedichte zum Beispiel. Das ist so eine klassische Eigenschaft. Und das gibt es in den meisten Sprachen, so auch in der arabischen Sprache. Und die Araber, die haben natürlich unzählige Kategorien noch dafür, besonders auch bei der Lyrik. Die haben diese Lyrik, diese Versformen, haben sie unterteilt in 16 verschiedene Bihar. Das sind bestimmte Rhythmen, wie man Gedichte organisiert hat. Das hatten die zumindest. Und man wird feststellen, dass jedes arabische Literaturwerk aus der vorislamischen oder nachislamischen Zeit in eine von diesen Kategorien fällt. Es ist entweder ein Werk der Prosa und demzufolge eine von den Unterkategorien der Prosa oder es ist ein Werk der Lyrik und fällt dann in eine von diesen 16 Kategorien der Lyrik. Diese Bihar, wie sie die genannt haben. Jedes arabische Werk. Egal, was man findet. Vorislamisch oder nachislamisch. Bring ein Literaturwerk und du siehst, aha, das gehört in diese Kategorie. Es gibt nur eine einzige Ausnahme. Und das ist der Koran. Deswegen hat die arabische Sprache noch eine dritte Kategorie. Und das ist der Koran. Da gehört auch nur der Koran rein. Das ist nicht ein besonderer Respekt einfach nur gegenüber diesem Buch. Sondern wenn man tatsächlich festgestellt hat, dass der Koran, wie er geschrieben ist, in keine Kategorie passt, die man schon hat. Es ist definitiv keine einfache Prosa, weil es auch in Versen geschrieben wurde. Es passt aber auch in keine Kategorie der Lyrik. Egal, welche man nimmt. Im Gegensatz zu jedem anderen Werk, was man hat. Du nimmst irgendein anderes Werk, du kannst sofort sagen, ah, das gehört da rein. Bei dem Koran geht das nicht. Des Weiteren wird man feststellen, dass sobald ein Mensch versucht hat, ein anderes Werk außerhalb dieser Kategorien, die man hat, zu erfinden oder zu verfassen, da kommt nur Quatsch mal heraus. Der Koran ist tatsächlich das einzige vernünftige Buch, was in keine vorhandene Kategorie passt und sich nur hat, was sich wirklich vernünftig liest. Damals wurde den Arabern gesagt, okay, wenn ihr meint, dass dieser Koran tatsächlich von einem Menschen geschrieben wurde, es steht euch frei, ein Buch wie den Koran zu bringen. Denn das müsste ja möglich sein. Es steht auch an mehreren Stellen im Koran. Allah sagt im Koran, وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْعَنُ أَنْ يُفْتَرَ مِنْ دُنِ اللَّهِ Allah sagt, dieser Koran ist nicht so, dass er von einem anderen hätte erzonnen werden können außer Allah. Und in einer anderen Suche sagt er, أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَ بَلَّا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُ بِحَدِثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَدِقِينَ Oder sagen sie, er hat ihn aus der Luft gegriffen, also erfunden. Vielmehr glauben sie es nicht. Lass sie denn eine Verkündigung gleicher Art herbeibringen, wenn sie die Wahrheit sagen. Und das ist eine ganz einfache Herausforderung. Wenn du sagst, der Koran wurde von einem Menschen geschrieben, dann bring ein Buch wie den Koran. Und es gab tatsächlich einige Versuche. Es gab einige Araber, das waren Experten in der Literatur und in Poesie und wie man Dinge verfasst. Die haben das dann versucht. Und es kam tatsächlich nur Quatsch dabei heraus. Einer kam und wollte dann etwas dichten oder etwas dichten wie den Koran. Und er kam dann mit vier Versen. أَلْفِيلُ مَلْفِيلُ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْفِيلُ لَهُو ذَنَبُونَ رَذِيلُ وَخُرْتُمُونَ طَوِيلُ Wenn du das übersetzt, der Elefant. Was ist der Elefant? Und was lehrt dich, was der Elefant ist? Er hat einen dünnen Schwanz und einen langen Rüssel. Das ist jetzt die Konkurrenz zum Koran. Das ist nicht von jemandem geschrien, der keine Ahnung hat oder verrückt war. Das waren die besten Poetinnen in ihrer Zeit. Die sind da mitgekommen. Konnten die nichts Besseres verfassen? Natürlich konnten die das. Die haben hervorragende Gedichte. Es gibt arabische Gedichte über 10.000 Zeilen. Die passen aber alle in die vorhandenen Kategorien, die man schon hat. Das konnte der Poet nicht. Der Poet konnte nicht eine von den Kategorien, die man schon hatte, daraus ein Gedicht machen. Da musste er was ganz anderes. Und da kommt so ein Quatsch dabei heraus. Es gab noch andere, die das versucht haben. Es gab zur Zeit des Propheten jemanden, der hat auch behauptet, er wäre selber ein Prophet und er bekommt Offenbarung. Einer von den Mekkanern kommt eines Tages zu ihm hin. Und er fragt ihn, was wurde dem Propheten offenbart? Und der Mekkaner antwortet ihm, er hat für ihn die Surah Al-Asr. Das ist die 103. Surah im Koran zitiert. Wenn man das übersetzt, beim Nachmittag oder bei der Zeit, die Menschen sind wahrlich im Verlust, außer denjenigen, die glauben und gute Werke tun und sich gegenseitig die Wahrheit ans Herz legen und sich gegenseitig zu Geduld anhalten. Diese Surah war gerade offenbart worden. Der Kerl sitzt da und sagt und denkt eine gewisse Zeit nach. Und er sagt ihm, mir wurde was ganz Ähnliches offenbart. Und er fragt, oh was denn? Und dann legt er los. Oh wabr, oh wabr. Wabr, das ist ein bestimmtes Tier. Das sieht so ähnlich aus wie ein Kaninchen. Du bist nur zwei Ohren oder du bestehst nur aus zwei Ohren und einer Brust und der Rest von dir ist Graben und Buddeln. Das war die ähnliche Offenbarung. Das war der Konkurrenzversuch zum Koran. Das waren nicht einfach irgendwelche Verrückten. Die haben sich tatsächlich bemüht, den Stil vom Koran nachzumachen. Und man erkennt sogar bei der ersten Surah über den Elefanten, man kann sogar erkennen, welche Surah sie im Koran versucht haben nachzumachen. Die haben so ein bisschen was von hier und ein bisschen was von da und mischen das zusammen. Und das Komische ist, sobald ein Mensch das versucht, es klingt komisch. Also alles, was man bringt, was die Leute versucht haben, jetzt als Herausforderung gegenüber dem Koran auf den Tisch zu legen, das klingt alles so komisch. Es gab Jahrhunderte später, den müsste er noch kennen. Es gab im indisch-spanischen, indisch-pakistanischen Raum, da gab es einen, der meinte auch, er wäre ein Prophet. Das ist einer der Gründe, der Katania oder Ahmadiyya sagt. Der meinte, er wäre ein neuer Prophet nach dem Propheten des Islam. Und wenn er ein Prophet ist, dann braucht er auch Offenbarung. Ein Prophet hat halt Offenbarung. Und hat er halt auch. Hat auf Arabisch was gebracht und hat auch versucht, den Stil vom Koran so ein bisschen nachzumachen. Das konnte er nur seinen eigenen Anhängern in Indien und Pakistan andrehen. Als die Araber das gelesen haben, die haben sich kaputt gelacht. Das war nur Unsinn. Das war nur Quatsch. Bei den Persern, die mehrheitlich Schiiten sind, und bei den Schiiten weiß man ja, die haben diese Idee, dass Teile vom Koran verloren gegangen sind. Die haben ja diese Idee, dass die Gefährten, die sind nach dem Tod des Propheten ungläubig geworden und deswegen ist Ali kein Kalif geworden und so weiter. Die meinen zumindest, Teile vom Koran sind verloren. Und in diesen verlorenen Teilen, da würden die schlechten Dinge über die Gefährten drinstehen. Wie schlecht die waren und was sie alles falsch gemacht haben. Aber die sind halt verloren. Und die haben auch dann einige von diesen angeblich verlorenen Teilen versucht selber zu bringen. Die findet man zum Beispiel in Iran. Da gibt es eine ganz berühmte Sure, die ist Surat Nureng. Die Sure mit den beiden Lichtern. Die beiden Lichter sollen Mohammed und Ali sein. Das ist eine kurze Sure, die wurde auch versucht, im Stil vom Koran zu verfassen. Die können die nur in Iran verteilen. Weil die Leute kein Arabisch verstehen. Hussein und Hassan. Nein, die beiden Lichter sollen Mohammed und Ali sein. Ja, das ist der Titel der Sure. Surat Nureng. Die ist auch bekannter. Das können die aber nur in Iran verteilen. Sobald ein Araber das Leben lesen würde, selbst wenn er keinen Plan vom Koran hat, der liest sich das durch, der sieht sofort, dass es unglücklich ist, dass er vom Koran ist. Auch wenn er den Koran selber nicht auswendig kann. Aber du liest dir das durch und es klingt komisch. Und das ist die eigentliche Herausforderung des Korans. Woran man wirklich erkennen kann, dass dieses Buch nicht ist wie andere Bücher. Es gibt kein Buch wie den Koran auf dieser Welt. Und das ist nicht eine Herausforderung, die an irgendjemanden gegangen ist. Die wurde den Mekkanern damals gestellt. Das waren die besten Poeten überhaupt. Also die hatten nicht viel drauf in anderen Bereichen. Sonst war das alles noch, man würde heute sagen, finsteres Mittelalter. Aber Poesie, Literatur, Sprache, das war deren Spezialgebiet. Das waren sowieso Beduinen in der Wüste. Die hatten nur Sand und blauen Himmel. Die haben sich halt dadurch unterhalten, durch ihre blumige Sprache. Die waren Experten darin. Aber keiner konnte sowas bringen. Das ist auch eine Sache, die steht bis heute jedem frei. Also wenn es tatsächlich heute noch irgendwo einen Araber gibt und längst nicht alle von denen sind ja Muslime, dann bring ein Buch wie den Koran. Ganz einfach. Mach ein Buch wie den Koran, dann können wir uns weiter darüber unterhalten. Okay, ein ganzes Buch ist vielleicht zu schwer. Obwohl der Koran auch ein Buch ist. Im Koran selber wird es dir leichter gemacht. Allah sagt, Am yakulun aftara Qul fa'atu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wa da'u man ist sata'atum min dunillahi in kutub sadiqin Oder werden sie sagen, er hat es erdichtet. Sprich, so bringt doch zehn ebenbürtig erdichtete Suren hervor und ruft an, wen ihr vermögt, außer Allah, wenn ihr wahrhaftig seid. Zehn Suren, das ist doch zu schaffen. Die kürzeste Sure sind drei Zahlen. Drei kurze Zahlen. Macht zehn davon, das muss ja zu schaffen sein. Zehn Suren ist doch realistisch. Okay, zehn Suren ist vielleicht auch noch viel. Am yakulun aftara Qul fa'atu bi'ashri suwarin mithlihi wa da'u man ist sata'atum min dunillahi in kutub sadiqin oder wollen sie etwa sagen, er hat ihn erdichtet. Sprich, bringt denn eine Sure gleiche Art hervor und ruft, wen ihr nur könnt, außer Allah, wenn ihr wahrhaftig seid. Eine Sure. Eine Sure mit drei Zeilen, das ist doch schaffbar. Okay, eine Sure, genau wie im Koran, ist vielleicht immer noch schwierig. Und wenn ihr im Zweifel seid über das, was wir auf unseren Diener herabgesandt haben, so bringt doch eine Sure, die so ähnlich ist. Machen wir nicht genauso wie im Koran, aber zumindest etwas, was irgendwie daran erinnert. Bring eine Sure. Und das ist eine Herausforderung bis zum heutigen Tag. Bring eine Sure, ein Kapitel, drei Zeilen. Es ist keine bekannte Form der Prosa, es ist keine bekannte Form der Lyrik und es ist nicht irgendein Quatsch. Nicht diese Elefantengeschichte und Wabr, Kabr, Kaninchengeschichte. Irgendwas Vernünftiges. Dann können wir uns weiter unterhalten. Und wenn du jetzt diese Sure gebracht hast, dann bring deine Zeugen. Im Koran steht, Ruft eure Zeugen. Ruft die Leute, die das bestätigen. Klar, ich kann mich jetzt hinstellen und diese Geschichte vom Elefanten erzählen und sagen, das ist die beste Offenbarung und Herausforderung und was auch immer. Aber würde ich Leute finden, die das bestätigen? Wenn ich jetzt zu euch gehen würde, obwohl ihr, sag ich mal, noch Kumpel seid, würde einer von euch sagen, ja wow, das ist super, was du da geschrieben hast? Unmöglich. Der Koran hatte damals aber die besten Zeugen überhaupt. Nämlich die damaligen Araber. Die waren zum einen Experten in der Sprache. Die kannten ihre Sprache in- und auswendig. Und die konnten damit umgehen wie kein Zweiter. Und die haben Gedichte verfasst, wie ich schon eben gesagt habe, manchmal über 10.000 Zeilen. Das war deren Spezialgebiet. Und die zweite Sache, was macht die zu guten Zeugen? Die waren abgrundtiefe Feinde des Islam. Das sind die besten Zeugen überhaupt. Wenn du einen guten Freund hast, das ist okay, das ist normal, dass er sagt, wow, hast du toll gemacht und schön. Da schämt man sich manchmal. Aber wenn du jemanden hast, der dein Gegner ist, der lässt kein gutes Wort an dir. Besonders die Araber damals, die haben den Koran gehasst. Die haben gesehen, was der in der Gesellschaft verursacht hat. Und der hat so viel Chaos verursacht. Die waren kein Freund, diese Offenbarung. Aber die Araber damals, wie sind die mit dem Koran umgegangen? Keiner von denen war damals in der Lage, sich der Wirkung dieses Korans zu entziehen. Einmal saß der Prophet in der Moschee, in Mekka. Und mit ihm zusammen saßen die Führer, die Führer der Mekkaner. Und die hat eine Sura, das ist die Sura Tum Najm, die Sura mit dem Stern, 55 müsste das, glaube ich, sein. Bin ich ganz sicher. Hat die zitiert. Bis zum Ende. In der letzten Zeile wird gesagt, Und werft euch vor Allah nieder und dient ihm. Was haben jetzt die Mekkaner gemacht? Die eigentlich da saßen und die, die nach außen hin die Auffassung vertreten haben, dass das alles Quatsch ist, was da da ist. Die haben diese Sura gehört, die endet mit dem Vers, werft euch vor Allah nieder und dient ihm. Und alle haben sich niedergeworfen. Keiner war in der Lage, etwas anderes zu machen. Die Führer der Mekkaner, die nach außen hin immer den Koran verurteilt haben, die haben sich nachts heimlich hinter dem Haus des Propheten versammelt, um den Koran zu hören. Die wussten, dass der Prophet den Koran liest und die haben sich dann da gegenseitig getroffen. Besonders drei von denen. Die treffen sich in einer Nacht und dann, was machst du hier? Am Ende war klar, warum die alle hingekommen sind. Das war drei Nächte hintereinander. Immer die gleichen Personen. Die waren nicht in der Lage, sich dem zu entziehen. In der dritten Nacht haben die dann gesagt, okay, wenn wir das noch weitermachen, irgendwann kommen die Leute dahinter und dann haben wir halt, dann denken die, wir sind auch ein Fan davon. Die haben einmal einen Experten in Poesie von ihnen geschickt. Der hieß Al-Walid Imal Murira. Das war einer der besten Poeten der damaligen Zeit. Und es gab eine besondere Kategorie der Poesie. Das ist, wenn man sich über jemanden lustig macht. Jemanden zu verspotten. Und glaub mir, die konnten damals Gedichte machen, Spottgedichte, wenn die das in der Öffentlichkeit verkündet haben, dann kannst du nur deine Klamotten packen und abhauen. Dann kannst du dich nicht mehr blicken lassen. Die waren Experten auf diesem Gebiet. Und einer dieser herausragenden Poeten, das war Al-Walid Imal Murira. Die haben ihm gesagt, hör mal zu, kannst du nicht was, irgendwie den Koran verspotten? Geh mal zum Propheten und sag ihm was. Sag was Lustiges über den Koran, damit die Leute halt nicht länger zuhören. Der geht zum Propheten und sagt ihm, okay, lies mal was für mich vom Koran. Der Prophet liest ihm einen einzigen Vers vor. Al-Walid Imal Murira sitzt da. Kannst du das nochmal wiederholen? Ja, der Prophet liest den gleichen Vers noch einmal. Nur einen Vers aus dem Koran. Kannst du das noch einmal wiederholen? Der Prophet wiederholt das noch einmal. Und dann sagt er, der eigentlich da hingekommen ist, um den Koran zu verspotten, aber wenn man das übersetzt, versteht kein Mensch. Wenn man es ungefähr übersetzt, hat er gesagt, ich schwöre bei Gott, es gibt eine Süße darin und es besitzt eine Anziehungskraft. Der höchste Teil davon trägt Früchte, der niedrigste Teil ist wie eine Quelle. Er herrscht und wird nicht beherrscht und vernichtet alles, was sich ihm in den Weg stellt. Und dies nicht die Worte eines Menschen. Das war der beste Poet, einer der besten Poeten der damaligen Zeit. Der hat nur einen Vers gehört. Kein ganzes Kapitel oder was auch immer. Keine großartige Debatte. Der hört nur einen Vers. Der hat seinen ganzen Spott vergessen. Der ist kein Muslim geworden. Der hat nicht den Islam angenommen. Aber der ist zurück zu den Mekanern, die ihn geschickt haben, hat gesagt, ihr könnt gar nichts machen. Das war es. Also man kann nichts dagegen unternehmen. Am deutlichsten kann man das aber auch noch sehen an der Geschichte, wie Omar, der zweite Kalif, zum Islam gekommen ist. Omar, da hat der Islam sich schon einige Jahre verbreitet in Mekka und hat dementsprechend viel Chaos verursacht. Der hat Familien gespaltet und die Leute haben sich gegeneinander aufgelehnt und das hat ihm alles nicht geschmeckt. Und er wollte dem ein Ende bereiten. Eines Tages sagt er, okay, Schluss damit, ich gehe raus und töte den Propheten. Dann hat der Spuk ein Ende. Dann geht er aus seinem Haus raus, nimmt sein Schwert mit und macht sich auf den Weg zum Propheten in der Absicht, ihn zu töten. Denn was er gesehen hat von dieser Offenbarung, was die in der Gesellschaft verursacht, das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Der wollte das schön immer gemütlich haben. Unterwegs trifft er einen Freund. Der Freund sagt ihm immer zu, was ist mit dir los? Er hat am Gesicht gesehen, dass irgendwas nicht stimmt. Der hat ihm gesagt, was er vorhat. Da sagt er ihm, schau mal erst bei deiner Schwester nach. Seine Schwester war Muslima geworden. Okay, sagt Omar. Er geht erst zu seiner Schwester, steht vor der Tür und hört, wie innen drin der Koran rezitiert wird. Dann klopft er an die Tür, geht rein und es gibt einen Streit. Erst haben seine Schwester und der Mann versucht zu verheimlichen, dass sie Muslime sind. Aber am Ende ist es halt rausgekommen und die haben ihm gesagt, okay, wir sind Muslime, mach was du willst. Er hat sogar auf seine Schwester eingeschlafen, die hat angefangen zu bluten und dann hat ihm das Ganze so ein bisschen leid getan. Und dann sagte er, ihr habt da eben was gelesen, so irgendwelche Sachen da. Könnte ich da mal einen Blick drauf werfen? Wir dürfen nicht vergessen, das ist der Mann, der wollte den Propheten töten, damit die Offenbarung ein Ende hat. Ja, nach einigem Hin und Her haben die gesagt, okay, kannst du was davon lesen. Und die geben ihm den Anfang von der 20. Sode, Taha. Der liest ein paar Verse davon. Am Ende entscheidet er, Muslim zu werden. Derselbe Mann, der ausgezogen ist, um den Propheten zu töten, um die Wirkung dieses Korans ein für alle Mal zu beenden, der liest nur ein paar Verse davon und nimmt den Islam an. Du wirst kein Buch auf der Welt finden, mit so einer Wirkung auf die Menschen. Wenn es möglich wäre, für einen Menschen so ein Buch zu schreiben, die politischen Parteien hier, die würden davon träumen. Stell dir vor, die SPD gibt ein Buch raus und ein loyaler CDU-Anhänger wählt plötzlich SPD. Es gibt Bücher, die haben die Menschen überzeugt von einer Ideologie. Keine Frage. Es gibt Sachen, aber zumindest müssen die Menschen das studieren. Aber dass du jemanden, der ein Erzfeind ist, der so einen Hass auf diese Offenbarung hat, dass er bereit ist, den Träger der Offenbarung zu töten, komplett umpolt und das nur, weil er den Anfang von einem Kapitel liest, so ein Buch gibt es nicht. Kein Buch von irgendeiner Religion, Weltanschauung, Wirtschaftsordnung, was auch immer. In dieser Form niemals. Das heißt, wenn jemand sagt, der Koran wurde von einem Menschen geschrieben, schreib so ein Buch. Denk dir von mir aus irgendeine Ideologie aus. Mach ein Kapitel, gib das jemandem. Und versuch jemanden zu finden, der ein Gegner ist und überzeug ihn mit einem Kapitel. Wenn du das kannst, bitteschön. Wenn du schon dabei bist, ein Buch zu schreiben, dann schreib das auch, wie der Koran geschrieben wurde. Denn der Koran ist nicht von Anfang bis Ende einfach geschrieben, wie man ein normales Buch schreiben würde. Man fängt beim Kapitel an, bei der Einleitung und schreibt dann immer weiter. Beim Koran sind die Suren offenbart worden, nicht in der Reihenfolge, wie wir sie heute haben. Und auch nicht komplett. Manchmal wurde zuerst ein Teil von einer Sure offenbart, zuerst das Ende, dann der Anfang, dann ein Vers dazwischen, dann kam eine Sure halbfertig, zehn Jahre später kamen noch Verse, die dazwischen gemogelt wurden. So wurde der Koran offenbart. Versuch mal, auf diese Art und Weise ein Buch zu schreiben. Versuch auf diese Art und Weise, nicht indem du ein Kapitel runterschreibst, du fängst von Anfang bis Ende an, du nimmst dir zehn Kapitel und du musst willkürlich anfangen. Hier Anfang, Ende, Mitte, streust am Ende noch was dazwischen. Unmöglich, dass du auf diese Art und Weise ein vernünftiges Buch schreibst. Der Koran ist aber ja noch ein Musterbeispiel von Harmonie. Das schmeckt den Leuten, den Koran zu lesen. Kannst du auf diese Art und Weise ein Buch schreiben, über 23 Jahre, in den du willkürlich, quer verteilt irgendwelche Verse einfügst? Das kann man schreiben, aber am Ende kommt ein heilloses Chaos dabei heraus. Beim Koran ist das nicht so. Der Koran ist ein Buch, wodurch es geschafft wurde, die arabischen Stämme zu vereinigen und zur Weltmacht zu machen. Die Araber haben damals eigentlich keine weltpolitische Rolle gespielt. Damals gab es die Römer und die Perser. Die haben sich gegenseitig immer gekloppt. Aber die Araber haben gar keine Rolle gespielt. Die waren verloren in der Wüste. Das waren ein paar Stämme und die haben sich ständig gegenseitig bekriegt. Einer hat den anderen beschimpft. Dann musste der den töten. Dann gab es eine Blutfehle. Dann mussten die sich rächen und dann haben die zehn Jahre gegeneinander Krieg geführt. Das war so das klassische Beispiel. Da kam diese Botschaft, der Koran. Der hat die ganzen arabischen Stämme vereinigt unter einer Flagge. Und innerhalb von kürzester Zeit haben die Araber oder sagen wir die Muslime, sagen wir nicht die Araber, ein Reich beherrscht, was von Spanien bis Indonesien ging. Das hat nicht lange gedauert. Das wäre so, als wenn man heute sagen würde, in der mongolischen Steppe da gibt es so ein paar verlorene Stämme. Du bringst denen ein Buch und irgendwann, kurze Zeit später, gibt es Russland, China und Amerika nicht mehr und dafür beherrschen diese mongolischen Stämme die Welt. Unmöglich, dass sowas passieren. Es kam durch die Offenbarung des Korans. Die haben vorher nur so gelebt. Die haben den Koran bekommen und das war das Resultat. Der Koran hat eine Art und Weise, die Menschen zu erzählen, wie du sie in keinem zweiten Buch findest. Der Koran selber, wenn man den liest, da gibt es so ungefähr 500 Verse, die tatsächlich Gebote und Verbote sind. Das sind nur circa 500, die tatsächlich sagen, du musst das machen oder du darfst das nicht machen. Insgesamt sind der Koran über 6000 Verse. Der große Rest des Korans erzieht die Menschen in einer bestimmten Art und Weise. Und er erzieht die Menschen so, dass sie die Gebote und Verbote aus dieser Zeit ohne Probleme umsetzen. Klassisches Beispiel ist dafür das Verbot des Alkohols. Ich glaube, nach zehn Jahren ungefähr wurde der Alkohol verboten. Alkohol war eine Sache, die die Araber geliebt haben. In dem Moment, wo der Vers offenbart wurde, Alkohol zu verbieten, da haben die den sofort ausgeschüttet. Man hat in der Zeit, in dem Moment, wo der Vers kam, haben die ihren Alkoholvorräter genommen und die auf die Straße gekippt. Es gab Leute, die haben einen Schluck genommen, die haben gehört, der fährt auf den Bad, die haben es ausgespuckt. Das war die Reaktion. Das wurde auch mal versucht in Amerika. Ich glaube, in den 30er Jahren war das. Da haben die ein Gesetz gemacht, um Alkohol zu verbieten. Das war die Prohibition. Und zwar einfach aus der Überlegung heraus, man hat die Auswirkungen davon gesehen und hat gesagt, okay, hör mal zu, das ist was Gutes für die Menschen, wir machen so ein Gesetz. Die sind am Ende damit gescheitert und mussten das wieder rückgängig machen. Die Leute haben das halt schwarz gebrannt, importiert, geschmuggelt, was auch immer. Aber die haben alles versucht, halt trotzdem noch irgendwie an den Alkohol zu kommen. Es hat keine Wirkung gezeigt. Beim Koran war das so, egal welche Sache kam, es kam nur ein Befehl, die Leute haben das sofort gemacht. Keine Diskussion. Das heißt, er hat die Menschen in einer Art und Weise erzogen, um diese knapp 500 Verse, die Gebote und Verbote sind, sofort umzusetzen. Du wirst kein Buch finden, was die Menschen so erzieht in dieser Art und Weise. Die Menschen in Europa und Amerika sind doch so überzeugt von ihrer Ideologie. Die würden das selber in dieser Art und Weise nicht umsetzen. So loyal wären die Bürger nicht. Der Koran hat eine Eigenschaft, dass einem beim Lesen nie langweilig wird. Ich kenne Leute, ich habe mal selber einen getroffen, aber es gibt mehrere davon, den ich getroffen habe, der liest alle fünf Tage den Koran einmal komplett durch. Komplett. Und dann fängt er wieder von vorne an. Der liest jeden Tag ungefähr ein Fünftel, zack, zack, zack. Nach fünf Tagen fängt er wieder von vorne an. Bis zum Tod. Es gibt genug davon, die das machen. Einige in allen drei Tagen, andere machen das in allen sieben Tagen. Aber das sind ganz normale Beispiele. Das war jetzt nicht so etwas Ungewöhnliches. Also ich habe da nicht den Mensch der Menschen, den Supermann oder so getroffen. Davon gibt es in den arabischen Ländern schon einige. Alle fünf Tage einmal den kompletten Koran durch. Du wirst kein Buch auf der Welt finden, wo jemand das aushalten würde in dieser Art und Weise. Nimm das beste und spannendste Buch, was du findest. Das kannst du auch ein paar Mal hintereinander lesen. Es kommt schon vor, dass man ein gutes Buch hat und man liest das so drei, vier Mal hintereinander. Aber dann ist Schluss. Selbst gegen Bezahlung wirst du nicht ein Buch finden, was du freiwillig alle fünf Tage einmal komplett durchliest, bis zu deinem Tod. Unmöglich. Selbst wenn dir einer mit Gefängnis droht, dann wirst du es am Anfang machen, du wirst es nicht durchhalten. Wenn dich einer bezahlt, machst du es am Anfang, du wirst es nicht bis zu deinem Tod durchhalten. Das ist nur beim Koran. Ein Freund von mir, der hat jahrelang nur drei, nicht mal allzu lange suchen, jeden Tag gelesen. Jeden Tag. Dem ist nie langweilig geworden. Und er sagte nach Jahren, es passiert manchmal heute noch, dass ich neue Dinge darin entdecke. Du wirst kein Buch finden, wo du ein Kapitel nimmst und jemand liest das freiwillig jeden Tag. Sowas gibt es gar nicht. Der Koran ist zumindest, wenn wir mal nach unseren Maßstäben gehen, oder auch nach göttlichen Maßstäben, ein vollkommenes Buch. Sonst würde er diese Eigenschaft nicht so haben. Und es ist nie jemand gekommen, der einen Verbesserungsvorschlag gemacht hat. Wenn du irgendein Buch aus der Bibliothek nimmst, du wirst immer einen Absatz finden oder einen Satz, den man besser formulieren könnte. Oder den man streichen könnte. Oder den man ausführlicher macht. Oder umformuliert. Oder was auch immer. Aber nimmst du irgendein Buch, wirst du Dinge finden, die du verbessern kannst. Die Ausnahme ist der Koran. Es ist noch nie jemand gekommen, der in der Lage war, einen Verbesserungsvorschlag für den Koran zu machen. Der sagen würde, okay, diesen Vers, den könnte man besser so und so formulieren. Oder man könnte besser dieses Wort an der Stelle versetzen. Man könnte natürlich einige Verse ändern, aber es klingt nicht besser dadurch. Also es gibt keine Möglichkeit, noch irgendetwas daran zu verbessern. Du wirst die Verse nicht schöner formulieren können. Auch von den Nicht-Araban ist niemand gekommen. Auch von den Gegnern des Islam ist keiner gekommen, hat gesagt, hört mal zu. Das könnte man besser so und so formulieren. Heute hat man das manchmal, jemand, der studiert fünf Semester Arabisch und dann nimmt er den Koran und sagt, oh, es gibt Grammatikfehler. Das ist so ein klassisches Beispiel. Aber von den Experten damals war keiner in der Lage, einen Verbesserungsvorschlag für den Koran zu machen. Und der Koran sagt das sogar am Anfang. Wenn ihr die zweite Sura lest, zweite Vers der zweiten Sura, dieses ist das Buch, darin gibt es keinen Zweifel. Das sagt der Koran. Dieses ist das Buch, darin gibt es keinen Zweifel. Nicht nur, dass es keine Fehler darin gibt oder keine Widersprüche, es gibt keinen Zweifel darin. Keine Sache, an der man was zu zweifeln hätte. Und das arabische Wort für Zweifel ist eigentlich Shek. Das ist das allgemeine Wort. Raib, le raibafi, es gibt keinen Zweifel darin, ist die niedrigste Form von Shek. Die niedrigste Form von Zweifel. Am Anfang, im Koran wird gesagt, in diesem Buch gibt es keinen Zweifel. Nicht die niedrigste Form davon. Es gab in Irland jemanden, der ist Muslim geworden, unter anderem durch diesen Vers. Und durch diesen Vers war es, der ihn davon überzeugt hat, dass der Koran das Wort Gottes ist. Er sagte mir, wenn ich irgendein Buch nehme, aus der Bibliothek, dann steht oft so etwas drin wie, wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben, wenn Ihnen Fehler auffallen, Korrekturvorschläge, schreiben Sie uns eine E-Mail. Hier kommt ein Buch und der Autor sagt ganz am Anfang, es gibt keinen Zweifel drin. Jetzt sagen wieder die Leute, das kann jeder in sein Buch schreiben. Ja, richtig, jeder kann das reinschreiben. Hat das schon mal jemand in sein Buch geschrieben? Hat der schon mal ein Buch gefunden, was ein Mensch schreibt und der schreibt das ganz zu Anfang rein? Nein. Aber für den Schöpfer von Himmel und Erde, kein Problem. Er kann das so einfach reinschreiben. Insbesondere ist das eine große Behauptung, weil wenn wir sagen, dass es das Wort Gottes ist, dann würde ein einziger Fehler diese ganze Geschichte schon zunichte machen. Wenn ein Mensch ein Buch schreibt und er macht einen Fehler drin, okay, er hat einen Fehler gemacht. Aber so einfach ist das bei Gott nicht. Zumindest sagen wir, wir haben von Gott das Verständnis, dass er allmächtig ist und allwissend. Das heißt, ein einziger Fehler würde diese ganze Behauptung schon zunichte machen. Und interessanterweise findet man auch einige Dinge im Koran, die man dort eigentlich nicht so reinschreiben würde, wenn man darauf bedacht ist, Fehler zu vermeiden. Das sind zum einen Aussagen über Ereignisse in der Zukunft, über bestimmte Dinge und auch einige Dinge, Beschreibungen oder Phänomene in der Schöpfung im Universum, die man ganz einfach durch wissenschaftliche Forschung hätte widerlegen können, wenn sie falsch wären. Ein Beispiel. Am Anfang, als der Prophet den Islam verkündet hat, hat er die Menschen aufgerufen, versammelt und hat ihnen diese Botschaft gegeben. Einer seiner Erzgegner, der hieß Abu Lahab, der hat ihm gesagt, deswegen hast du uns gerufen, mögen deine Hände zugrunde gehen. Das war seine Aussage. Der Koran hat eine Offenbarung über diese Person geschickt. Das ist Surat al-Messad, heißt diese Sura. Das ist eine kurze Sura am Ende. In dieser Sura wird gesagt, dass diese Person, die das gesagt hat, in die Hölle gehen wird. Diese Person wird nicht als Muslim sterben. Jetzt wird man sagen, okay, der Mann war ein Erzgegner des Islam. Das ist keine großartige Behauptung, dass er am Ende in die Hölle geht. Man wird aber sehen, dass viele derjenigen, die Feinde waren des Islam, später den Islam angenommen haben. Eine ganze Reihe von denen. Das war ganz normal. Wir haben eben schon das Beispiel von Omar erwähnt. Das war auch jemand, der war ein Gegner des Islam und der wurde am Ende davon überzeugt. Es wäre ganz einfach gewesen, für diese eine Person, den Islam anzunehmen, um diesen Koranvers zu widerleben. Er hätte einfach kommen können, er hätte sagen können, ich habe den Islam angenommen, was im Koran steht, ist falsch. Und er hat Jahre dafür Zeit gehabt. Er hat das nie gemacht. Der ist auch als Nicht-Muslim gestorben. Die Sache ist, wenn ich selber so ein Buch schreiben würde, dann packe ich so eine Behauptung gar nicht erst da rein. Wenn ich darauf bedacht wäre, ein Buch zu schreiben, und ich möchte das als eine Offenbarung Gottes darstellen, aber ich habe das in Wahrheit selber geschrieben, dann mache ich doch nicht eine Aussage darüber, was du in zehn Jahren machst. Ich würde doch nicht reinschreiben, du wirst in den nächsten zehn Jahren niemals Arzt werden. Ich weiß ja gar nicht, was passiert. Hätte sich ja ganz einfach als falsch herausstellen können. Man packt das so etwas gar nicht erst da rein. Egal wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich. Besonders so eine Sache, die sich in vielen anderen Fällen als falsch erwiesen hätte. Viele der Führer sind am Ende Muslime geworden. Das wäre nichts Besonderes gewesen. Eine andere Sure ist Surat Urum. Ich erkläre gleich den Offenbarungsgrund. Da wird am Anfang gesagt, oder gehen wir erst darauf ein, warum diese Sure offenbart wurde. Es gab eine Schlacht damals zwischen den Römern und den Persern. Und ich habe eben schon gesagt, das waren eigentlich die, das waren, man kann sagen, Russland und Amerika in der Zeit. Das waren große Reiche, die haben gegeneinander gekämpft. Und die Perser, die haben das Feuer angebetet. Das waren Feueranbeter. Und die Römer, das waren Christen. Die Perser haben die Römer in einer Schlacht vernichtend geschlagen. Und die Götzendiener in der damaligen Zeit in Mekka haben sich darüber gefreut. Weil die gesagt haben, okay, die Perser, das sind Feueranbeter, die Römer sind Christen, die berufen sich auch auf ein Buch und Propheten und so weiter. So wie die Feueranbeter von den Persern die Römer mit ihrem Buch besiegt haben, so werden wir, die Götzendiener, auch die Muslime mit ihrem Buch besiegen. Das war ihre Logik. Das heißt, die haben sich darüber gefreut. Es kam eine Offenbarung im Koran, 29, 30 ist das, Surat al-Rum. Besiegt sind die Byzantiner oder die Römer, die wurden damals Byzantiner genannt. Besiegt sind die Römer in dem nahegelegenen Land, doch sie werden nach ihrer Niederlage siegen, in wenigen Jahren. Das steht im Koran. Das Wort in wenigen Jahren wie Bidda'i Sinin bezeichnet eine Zeitspanne zwischen mindestens drei und höchstens neun Jahren. Es gibt kein Wort dafür im Deutschen, aber das arabische Wort Bidda'i bedeutet mindestens drei und höchstens neun. Das ist die Aussage hier. Das heißt, der Koran sagt, okay, die Römer wurden geschlagen von den Persern, aber innerhalb von drei bis neun Jahren werden die zurückschlagen und die werden die Perser besiegen. Und damals war das vollkommen unwahrscheinlich, weil die Römer wurden wirklich vernichtend geschlagen von den Persern und die Perser waren auf dem Vormarsch. Es sah nichts danach aus. Der Koran sagt, innerhalb von drei bis neun Jahren wird das passieren. Und die Muslime haben sogar mit den Mekkanern darüber gewettet. Die haben am Ende eine Wette abgeschlossen. Innerhalb von zehn Jahren werden die zurückschlagen. Und die sind darauf eingegangen. Die Mekkaner haben gesagt, unmöglich, das passiert nicht. Die haben auch eine Wette abgeschlossen. Obwohl das sehr unwahrscheinlich war, haben die Römer sieben Jahre nach diesem Ereignis die Perser besiegt. Das heißt, innerhalb von drei bis neun Jahren haben sie die Perser, so unwahrscheinlich das war, wieder vernichtend geschlagen und ihre Macht oder ein Teil ihrer Macht wieder zurückgekrankt. So eine Aussage packt man nicht in den Koran. Besonders, wenn man sagen würde, innerhalb von drei bis neun Jahren. Das ist eine ganz überschaubare Zeitspanne. Wäre das nicht eingetreten damals, wäre sofort klar gewesen für die Leute, der Koran ist nicht die Offenbarung Gottes. Und es sind viele damals zum Islam gekommen, als sie diese Ereignis gesehen haben. Und das unterscheidet auch den Koran von einem Wahrsager. Der Wahrsager, der macht das gar nicht auf diese Art und Weise. Wenn ihr zu jemandem geht, der erzählt dir was über die Zukunft. Wie machen die das? Die machen das ganz allgemein. Die erzählen dir die Geschichte, ja, du wirst in der Zukunft mal mehr Geld haben und du wirst Probleme im Beruf bekommen und es wird auch mal nicht so gut mit der Frau laufen. Das sind alles Dinge, die passen auf jeden Menschen. Jeder Mensch hat mal mehr Geld und mal weniger Geld. Jeder Mensch hat, bei dem läuft es mal gut mit der Ehefrau, manchmal nicht so gut. Jeder Mensch hat mal Probleme im Beruf oder auch keine Probleme im Beruf. Das passt immer. Und so gehen die vor. Das heißt, ein Wahrsager, der sagt dir vielleicht irgendwann, ja, du bekommst ein bisschen Geld, der sagt dir aber nicht, am 10. Januar bekommst du 5.000 Euro. Weil der im Endeffekt keinen Plan hat. Der weiß gar nicht, was in der Zukunft passiert. Deswegen musst du das so allgemein formulieren, und auch gar nicht so einfach widerlegt werden kann. Hier im Koran wird das ganz präzise gesagt. Ja, okay. Die Römer wurden besiegt. Innerhalb von 3 bis 9 Jahren schlagen die zurück. Hätte man ganz einfach widerlegen können. Der Koran sagt über sich selber, dass er bewahrt bleiben wird und beschützt bleiben wird. Und das war damals ungewöhnlich. Die religiösen Schriften damals sind alle mit der Zeitverlorung gegangen. Wenn wir das sehen, was von der Tora und von der Bibel, vom Evangelium heute übrig ist, da ist vom Original nicht mehr viel da. Die wurden alle im Laufe der Zeit verändert. Und das ist eigentlich mit den religiösen Schriften klassischerweise passiert. Wenn jemand mit einer religiösen Schrift kam, im Laufe der Zeit haben die Menschen das an ihre eigene Lage angepasst. Wenn ihnen was nicht gefiel, haben die es rausgestrichen, verändert, was auch immer. Der Koran sagt über sich selber, wahrlich, wir selbst haben diese Ermahnung herabgesandt und sicherlich werden wir ihr Hüter sein. Der Autor sagt, wir haben diesen Koran herabgesandt, wir waren das, und wir werden ihn bewahren. Das heißt, der Koran hat schon damals gesagt, dass diese Schrift nicht verändert wird. Heute sind 1400 Jahre vergangen, da sagt man, das ist schon was. Aber damals war das überhaupt nicht abzusehen. Denn religiöse Schriften, die wurden allesamt verändert. Der Koran ist die einzige Ausnahme, wo das nicht passiert ist. Zur damaligen Zeit konnte man das noch überhaupt gar nicht absehen, dass dieser Koran in diesem Originalzustand erhalten bleiben würde. Das heißt, eine Behauptung damals zu machen, das wäre keinem so in den Sinn gekommen. Alle religiösen Schriften wurden verändert und man sagt über den Koran, das passiert hier nicht. Wenn das 20 Jahre später passiert wäre, ein Teil geht verloren, dann wäre es damit schon gewesen. Es gab in Irak jemanden, das ist schon eine lange Zeit her, der ist dadurch Muslim geworden. Der hatte keine Religion und der kam nach Irak, nach Bagdad und hat gesehen, da gibt es drei große Religionsgemeinschaften. Juden, Christen und Muslime. Und jeder behauptet, er hätte die Wahrheit. Und da hat er sich überlegt, okay, dann versuche ich das mal herauszufinden. Ich nehme mir deren Schriften und versuche da drin ein bisschen zu ändern. Und dann schaue ich mal, was passiert. Dann ist er zu den Juden hingegangen, hat sich eine Kopie von der Tora geben lassen. Und ein paar Sachen nur drin verändert. Hier ein Wort weggelassen, hinzugefügt, ein anderes Wort verwendet. Geht zu jemandem hin, sagt, hier, mach mal Kopien davon. Damals gab es ja keine Druckmaschinen oder ähnliches, damals hat man das per Hand kopiert. Er geht zu jemandem hin, lässt das kopieren und der macht das so. Der macht Kopien davon, die werden in der Stadt verteilt. Und am Ende haben die sogar damit Unterricht gemacht. Die Juden selber haben aus diesen leicht gefälschten, leicht veränderten Kopien, die haben die für ihre Unterricht benutzt. Dasselbe hat er mit den Christen gemacht. Hat sie eine Kopie von dem, was sie halt benutzt haben, geben lassen. Macht hier und da ein paar kleine Änderungen. Fügt ein Wort hinzu, lässt eins weg, ändert die Formulierung. und gibt das jemandem zum Kopieren. Einer von den christlichen Schreibern damals nimmt das, schreibt das ab und nach kurzer Zeit konnte man das in der Stadt finden, dass selbst die Christen das für ihre Unterricht benutzt haben. Dann hat er das mit dem Koran versucht. Lässt sich den Koran geben, ändert hier und da ein Wort, gibt es einen muslimischen Schreiber, hier, mach mal Kopien davon. Ein paar Tage später geht er hin, wollte seine Kopien abholen, der sagt ihm, das ist nicht der Koran. Er hat ihm sofort gesagt, das ist nicht der Koran. Minimal etwas verändert, ein Wort hinzugefügt, eine kleine Formulierung geändert, irgendwo in diesem ganzen Buch, der sagt ihm sofort, no way, das ist nicht der Koran. Heutzutage sagen das die Kinder. Wie viele Kinder kennen den ganzen Koran auswendig? Wenn du ihnen kommen würdest mit einem falschen Vers, die würden dir sofort sagen, unmöglich. Die zweite Sache, die man so nicht erwarten würde in einem Buch, was den Anspruch auf Perfektheit stellt, sind Aussagen über das Universum und über diese Schöpfung, die man so eigentlich damals noch gar nicht hätte machen können. Das ist eine Sache, die wird meiner Meinung nach oft von den Muslimen heutzutage übertrieben. Also man kennt das klassischerweise unter wissenschaftlichen Aussagen im Koran und da werden hunderte von Sachen erwähnt. Also alles, was im Koran erwähnt wird, sei es auch nur eine Ameise oder sonst irgendein Tier, da wird eine Geschichte rausgemacht. Das wird sehr viel übertrieben. Es dient zum einen der Sache nicht und das ist auch so eigentlich nicht korrekt. Aber es gibt einige Aussagen im Koran, die sind zumindest erstaunlich, wenn man die mit dem, was man heute weiß, vergleicht. Und die man eigentlich damals so nicht erwarten würde. Wo man sagen würde, ja, damals würde jemand eigentlich so eine Aussage nicht tätigen. Beispielsweise. haben die Ungläubigen nicht gesehen, dass der Himmel und die Erde eine Einheit waren, die wir dann zerteilten. Das ist eigentlich das, was man heutzutage so in der Wissenschaft unterrichtet. Man hat nicht diese Idee, dass diese Schöpfung von Anfang an so war und das war eigentlich damals verbreitet. Die Menschen sind damals davon ausgegangen, das wurde alles so erschaffen, wie es heute ist. Erde, Sonne, Mond, Planeten, das ist einfach so entstanden oder wurde einfach so erschaffen. Aber die Wissenschaftler sagen heute, das Ganze kam aus einem gemeinsamen Ursprung, aus einem kleinen, winzigen Ursprung. Das, was man heute den Urknall nennt. Damals würde man so eine Behauptung nicht so machen. Also wer würde damals auf die Idee kommen, sich Himmel und Erde anschauen und würde sagen, die haben einen gemeinsamen Ursprung. Das war früher mal eins. Eigentlich sagt man das so nicht. An anderer Stelle im Koran wird gesagt, وَسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ Und den Himmel haben wir mit Kraft erbaut und siehe, wir dehnen ihn aus. Er sagt im Koran, wir dehnen den Himmel aus. Das ist eine Sache, die war noch bis, man kann sagen, bis zu 100 Jahren eigentlich so nicht vorstellbar. Wir wissen heute, dass dieses Universum sich ausdehnt, das expandiert. Das hat man heute schon untersuchen können. Doch vor 100 Jahren wäre man auf diese Idee nicht gekommen. Albert Einstein hat Anfang des 20. Jahrhunderts seine Relativitätstheorie aufgestellt. Und er hat gerechnet und gerechnet und Gleichungen aufgestellt und hat am Ende festgestellt, wenn das alles so stimmt, dann muss das Universum entweder sich zusammenziehen oder ausdehnen. Aber das war damals unvorstellbar. Und er hat deswegen extra seine Gleichung noch ein bisschen verändert, noch eine Sache hinzugefügt, damit er ein statisches Universum erhält. Damit er ein Universum erhält, was sich nicht ausdehnt oder zusammenzieht. Bis man später entdeckt hat, das Universum dehnt sich tatsächlich aus. Das ist heute allgemein anerkannt. Und es wird im Koran damals erwähnt, wir dehnen diesen Himmel aus. Unmöglich, dass jemand damals auf diese Idee kommt, dass man das so beobachtet und dann von selber diese Idee entwickelt. Dieser Himmel dehnt sich aus. Man will feststellen, dass im Koran, wenn Wörter für Sonne und Mond verwendet werden, dann wird für die Sonne immer ein Wort verwendet, was man nur für etwas verwendet oder was nur benutzt wird für etwas, was aus sich selbst heraus leuchtet. Der Mond wird immer mit einem Wort beschrieben, was Licht nur weitergibt, aber nicht von sich selber erzeugt. Es gibt verschiedene Wörter dafür im Koran, aber immer wird darauf geachtet. Die Sonne ist etwas, was aus sich selbst heraus leuchtet, der Mond gibt das nur weiter. Im Koran werden die Berge als Pflöcke beschrieben. Er sagt in Surah 78 Haben wir nicht die Erde zu einem Lager gemacht und die Berge zu Pflöcken? Das ist eine Sache, die kann man so einem Berg nicht ansehen. Macht man einen Schnitt durch die Erde, dann wird man feststellen, dass die Berge tatsächlich die Form eines Pflöcks haben. Das heißt, man sieht oben diesen Berg und die gehen mit tiefen Wurzeln in die Erdkrüste hinein. Wenn man einen Schnitt durch die Erde macht, das sieht aus wie ein Pflöck, wie man ein Zelt aufbaut oder so, wie man etwas in die Erde schlägt. Das ist die Form eines Berges. Warum haben die diese Form? Im Koran wird erwähnt, Und er hat feste Berge auf der Erde gegründet, damit sie nicht mit euch wanke, damit die Erde stabilisiert wird, damit sie ruhig bleibt. Es gibt eine Reihe von Geologen, die haben das jetzt in letzter Zeit herausgefunden. Die sagen, eine Funktion der Berge ist es, die Erdkruste zu stabilisieren. Und wenn es die Berge in dieser Form nicht gäbe, dann würden wir hier auf der ganzen Welt unter erheblichen Erdbeben leiden. Einer von denen, der das gesagt hat, er nennt sich Frank Press, der war wissenschaftlicher Berater von US-Präsident Jimmy Carter, ist also schon eine Zeit lang her. Aber er hat das in einem seiner Bücher geschrieben. Das war damals eine Autorität auf seinem Gebiet. In Sura 4 wird gesagt, Diejenigen, die nicht an unsere Zeichen glauben, die werden wir im Feuer brennen lassen. So oft ihre Haut verbrannt ist, geben wir ihnen eine andere Haut, damit sie die Strafe kosten. Das ist die Aussage im Koran. Wir glauben nicht daran, dass die Auferstehung ein rein spiritueller Akt ist. Im Islam glauben wir daran, dass die Menschen mit ihrem Körper aufstehen. Das ist unsere Überzeugung. Und es wird gesagt, wenn die Ungläubigen am Tag der Auferstehung bestraft werden, im Feuer der Hölle, und ihre Haut durchgeschmort ist oder verbrannt ist, wird sie ausgetauscht gegen eine andere. Warum das Ganze? Liadukul Adab. Damit sie die Strafe schmecken. Wenn das nicht gemacht werden würde, dann würden sie diese Strafe nicht schmecken. Die Sache ist die, wenn die Haut einmal komplett durchgebrannt ist oder verbrannt ist, dann spürt man keine Schmerzen mehr. Deswegen, wenn ihr unter Verbrennung leidet und ihr geht damit zum Arzt, dann ist einer der ersten Sachen, die ihr macht, der testet, ob ihr da überhaupt noch was spürt. Wenn ihr noch was merkt auf der Haut, dann ist der bestens zufrieden. Dann ist die Haut nicht komplett verbrannt. Aber wenn die richtig durchgebrannt ist, richtig verschmort, dann merkt man gar nichts mehr. Auch keinen Verbrennungsschmerz. Denn dann sind die Nerven in der Haut abgestorben. Der Koran sagt, wir tauschen die Haut gegen eine andere aus, damit sie die Strafe schmeckt. Eine sehr schöne Beschreibung im Koran, und das ist auch eine der bekanntesten, ist sie über die Entwicklungsstadien des Embryos im Mutterleib. Das kommt auch an mehreren Stellen im Koran. Allah sagt, ثumma ja'alnahu nutufatan fi qararim makin. Als dann setzen wir ihn als Samentropfen an eine sichere Ruhestätte. ثumma khalaqanan nutufatan alaqa. Dann bilden wir den Tropfen zu einem Blutklumpen. Und dieser Blutklumpen wird im Arabischen mit dem Wort alaqa bezeichnet. Das Wort alaqa hat drei Bedeutungen. Das eine ist Blutegel, die zweite ist etwas, was sich anhängt, und die dritte ist ein Blutklumpen. Wenn du das Bild in diesem Stadium vom Embryo betrachtest, das sieht original aus wie ein Blutegel. Das hat diese Form. Das könntest du fast damit verwechseln, wenn du es in der Vergrößerung siehst. Es ist etwas, was sich in der Wand der Gebärmutter einnistet. Es ist etwas, was daran hängt. Das ist deswegen eine sehr schöne Beschreibung. Und es sieht aus wie ein Blutklumpen. Es gibt schon sehr viel Blut in dem Embryo zu der Zeit, in diesem Stadium. und es zirkuliert noch nicht im Embryo. Und deswegen sieht es aus wie ein Blutklumpen. Das heißt, dieses Wort, was im Koran verwendet wird, ist eigentlich die beste Bezeichnung überhaupt. Alaqa. Dann bildet wir den Blutklumpen zu einem Fleischklumpen. Das arabische Wort für Fleischklumpen ist Mudra. Und Mudra bezeichnet, damit bezeichnet man etwas, ist wie ein gekautes Stück Fleisch. Das heißt, du nimmst ein Stück Fleisch, kaust es ein bisschen im Mund herum, nimmst es raus und guckst es dir an. Wenn du das mal machst, das sieht original so aus wie ein Embryo in dieser Phase. Der Embryo hat dann schon so zum Teil seine Wirbelsäule ausgebildet und das sieht aus wie kleine Zahnabdrücke. Das heißt, jemand, der das Ganze mit einer Mudra bezeichnet, das ist eigentlich vom Aussehen her das beste Wort, was du dafür verwenden kannst. Reden wir nur über das Aussehen. Vergleichst du wirklich ein Stück Fleisch, was du kaust, mit dem wie ein Embryo aussieht, original. Danach wird weiter gesagt, dann begleiten wir die Knochen mit Fleisch. Und das ist die nächste Stufe. Moment. Dann bildeten wir aus dem Fleischkumpen Knochen. Und das passiert tatsächlich in der Realität als nächstes. Als nächstes bilden sich die Knochen. Dann begleiteten wir die Knochen mit Fleisch. Dann kommt die Muskelmasse dahin zu. Das heißt, hier werden die ersten Entwicklungsstadien des Embryos sehr schön beschrieben. Mit Wörtern, die, wenn man sich die Bedeutung, die arabische Bedeutung anschaut und die Bilder damit verbindet, die wirklich passender nicht hätten gewählt werden können. Man hat das Ganze einem amerikanischen Professor gezeigt. Der nennt sich Dr. Keith Moore. Das war ein führender Wissenschaftler auf dem Gebiet der Embryologie. Er sagte, es war für mich ein großes Vergnügen dabei zu helfen, Feststellungen aus dem Koran über menschliche Entwicklung zu erläutern. Mir ist klar geworden, dass Mohammed dieses Wissen von Gott erhalten haben muss. Denn das meiste von diesem Wissen wurde erst Jahrhunderte später entdeckt. Das zeigt meiner Meinung nach, dass Mohammed ein Prophet Gottes sein muss. Daraufhin haben die Leute ihn gefragt. Bedeutet das, dass sie glauben, dass der Koran das Wort Gottes ist? Er hat geantwortet, ich habe keine Schwierigkeiten damit, das zu akzeptieren. Schaut man im Internet, da wird man von diesen wissenschaftlichen Dingen noch komplette Listen finden. Aber die sind eigentlich nicht die eigentlichen Beweise des Korans. Der Beweis des Koran ist die Herausforderung an die Menschen, ein Buch wie dieses, mit den Eigenschaften wie diesen zu bringen. Das ist die eigentliche Sache, die den Koran wirklich von anderen Büchern abhebt. Die Frage ist jetzt, warum findet man solche Dinge im Koran? Warum werden solche Aussagen im Koran getätigt? Von denen man damals eigentlich noch kein Wissen haben konnte. Und eine klassische Erklärung ist, dass jemand dir sagt, die Griechen hatten auch schon viel Wissen. Es gab Griechen, die haben schon gewusst, dass die Erde eine Kugel ist. Und es gab sogar einen von denen, der hat schon den Umfang berechnet. Das war zwei oder drei Hunderte vor Christus. Und der ist auf einen Wert gekommen von 40.000 Kilometern. Und das ist erstaunlich exakt. Das war eine große Leistung. Also viel genauer hat man das heute gar nicht mehr ausgerechnet können. Aber ist das tatsächlich diese Erklärung? Also einige Dinge kann man daraus so nicht ableiten. Ein Griecher hätte damals nicht behauptet, dass dieses Universum sich ausdehnt. Denn es gab gar keine technischen Möglichkeiten, das herauszufinden. Die Griechen haben aber auch viel Quatsch erzählt. Ist richtig, die haben geglaubt, dass die Erde eine Kugel ist. Aber die hatten genauso viele Fehler in ihrer Weltvorstellung. Also man muss nicht diese Idee haben, dass die wirklich eine annähernd korrekte Vorstellung vom Universum hatten. Diesen ganzen Unsinn, den findet man im Koran nicht. Man findet hier und da eine Aussage, die aber erstaunlich exakt zutrifft. Gehen wir aber nochmal davon aus. Sagen wir, der Prophet hätte es tatsächlich von anderen Wissenschaftlern genommen. Oder er hätte sich damit einfach beschäftigt. Er hätte sich damit auseinandergesetzt. Dann würde man sagen, okay, er hat sich mit dem Universum auseinandergesetzt, hat viele Dinge herausgefunden und er war ein hervorragender Wissenschaftler im Bereich der Astronomie. Und er hat dann auch das Embryo studiert und hat sich mit Medizin auseinandergesetzt und ein bisschen was über die Haut getestet. Und er war ja ein führender Wissenschaftler in der Embryologie und in der Medizin und auch noch in der Geologie. Wer war dieser Wissenschaftler? Ein arabischer Kaufmann in der Wüste, der bis zu seinem Tod nicht lesen und schreiben gelernt hat. Ist das schon mal passiert in der Geschichte der Menschheit? Dass so jemand mit wissenschaftlichen Entdeckungen kommt? Und er hat sich mit Entdeckungen kommt?